Moin Sklapp, ich bin jetzt André, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer klitzkleinen Runde, die Escape ist 2. Mit dabei ist der liebe Sklaft, halloo. Hallo. Und hier, was machen wir? Wir sind hier im Kapau-Lager. Wir müssen irgendwie ausbrechen und ja, es ist jetzt der erste Tag rum, wir haben noch nicht wirklich was gemacht, wir haben uns halt ein bisschen vorbereitet und so und ja. Liege ich im richtigen Bett? Liegst du in deinem richtigen Bett? Ja, ich, ah ne, tu ich nicht. Du wirst schon wieder die ganze Zeit gesnipet. Digga, da ist jo keiner, wie ich gesnipet werde. Okay, komm mal mit. Warte mal kurz hier. Ah ne, warte, ich nehme jetzt erstmal ein paar Jobs an. Oh, okay, jetzt muss das auffallen. Mobilwarebeutel. Okay, ich habe jetzt erstmal vier Jobs angenommen. Äh, ne tote Ratte! Äh, komm mal ganz kurz mit. Warte, was ist mein Job? Ne, tot. In den Tisch von Jules muss ich die tote Ratte machen, holy shit. Okay, wo, wohin geht's, wohin geht's, hier geht's. Komm mit, komm mit. Ja. Untersticht, ne, tot, komm mit. Ich komme mit. Wo geht's hin? Irgendwo hier. Irgendwo hier ist mega was nice ist. Aber ich muss ganz kurz sehen, ich glaube es war ein bisschen weiter in die Richtung. Was ich schon irgendwie gesehen hatte. Okay. Ja, mega was nice ist, alter. Komm mit. Du weißt, was es bedeutet, oder? Du weißt, was es bedeutet, oder? Weißt, was es bedeutet. Oh no. Oh no. Die rote Keycard? Die weiße, ja die rote Keycard. Äh, äh. Äh, äh, äh. Okay. Wir brauchen den weißen Schlüssel, den roten Schlüssel. Und. Mhm. Wir brauchen irgendwas um das Motorrad zu reparieren. Ja, das kommt dann. Aber erst mal müssen wir da hinkommen. Ich hab mich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich würde, wir müssen jetzt erstmal das Zeug machen, was wir... Was brauchen wir für die Keycard? Oh nein. Oh Gott, das war das close. Pfff. Gott war das knapp. Achso, dann mach ich mal den Crap kurz mit dem... Rattenbums hier. Okay, warte, wohin würde sag ich das mal? In den Tisch von Jules. War Jules nicht bei mir? Nee, dax. Des. Riden. Shame. Äh. Resume. Ja, Jules. Geh da weg, Nee, dax. Geh da weg? Aber was machst du da drin? Achso, ich kann hier, darf hier nicht drin sein. Jo, wahrscheinlich. Piss die doch mal da raus. Ich will hier rein. Oh, ich bin ganz, ganz teuer. Ich bin ganz, ganz teuer. Ich erzähl mir nur so. Und ich bin jetzt auch ganz, ganz teuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, soll ich mir jetzt einen Werter umlegen? Ich glaub ich, das ist ganz gut drin. Ich muss einfach nur Kleber holen. Soll ich den Werter umlegen? Ja, okay. Dann wird ebenster sniped. Ich hab auch einen Hunderter. Ich hab einen Hunderter. Ich hab einen Hunderter. Oh, ich werd auch gesniped. Ja, degal, Mist. Ist aber degal, ne? Ja, okay. Ähm. Es ist jetzt nicht so tragisch. Finde ohne Marke. Okay, dann muss ich Rock Shobin finden. Das ist vorteilhaft. Dann kann ich kurz zum Abendbrot laufen. Oh no, die Überwachungskamera sieht, wenn ich an ein fremdes Pult gehe. Scheiße. Oh mein Gott. Ich frag mich immer, warum werd ich halt direkt gesehen? Oh no. Oh, oh, oh. Oh nein, 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 nein. Ich darf jetzt nicht gesniped werden. Der Stuff war, glaub ich, ziemlich wertvoll. Jetzt komm, jetzt komm. Ich hab mich, glaub ich. Oh nein, ich hab mich verschätzt. Hast du schon einen Plan? Oh Gott. Ich bin in der letzten Sekunde. Ja, wir brauchen erstmal einen roten Schlüsselabdruck. Brauchen wir? Mhm. Schlüssel oder Schlüsselkarte? Schlüssel. Ich glaub, das ist hier mittlerweile nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach ein paar Jungs klappen und schauen, ob die die haben. Ich glaub, das ist nur in den alten Gefängnissen so. Also in den leichten Gefängnissen, mein ich. Bin mir nicht sicher. Ja, ich bin raus, ich bin raus. Was hast du vor, Netox? Ich brauch Klebstoff. Opfer, Alter. Kann ich dir irgendwie helfen? Äh, nö. Ich werd halt gesniped, aber sonst. Geht's doch. Geht's doch. Geht's doch nicht. Nein, ist er reingegang. Nein, komm, komm, nein, komm doch hier rein. Oh mein Gott, hier ist jemand drin. Klepp ihn weg, klepp sie weg. Hat sie die rote? Nee, grün, 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 grün. Ach, erst wenn man den einmal entdeckt hat, wird das angezeigt. Ich sehe hier. Grün, tatsächlich. Ach, und von dem sehen wir jetzt, was der hat. Dass er jetzt den Schlüssel hat. Ich glaub, ja. Wo ist der jetzt? Also siehst du es jetzt bei dem, du? Ja, hier, Wachmann, äh, Eccles. Dann müssen wir einfach ein paar Wachmänner zusammenkleben. Und bei dir steht ein Wachmann, glaub ich, oder? Ja, den kleb ich, den gerade. Cool. Klebst du den gerade? Soll ich kommen? Ja, ne, ich, alles gut. Ich hab ihn, hab ihn. Ah, ne, nur ein Medkit, schade. Okay, äh. Ich hab den roten Schlüssel. Wirklich? Ja, es ist, äh, Peuchamil. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Noch nichts. Lass den da drin. Wir brauchen ihn. Ja, 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 natürlich. Natürlich. Es wird gleich Not schon ausgerufen, weil der Schlüssel weg ist. Hinlegen. Sofort. Ich hab den schon auf den Boden da gelegt. Okay, dann renn weg von dem. Jetzt wird gleich eh Not. Oh, lol. Jungs. Ja, also, mir geht's gut. Ich wusste gar nicht, dass ich was verbrochen hab. Tut mir leid. Oh, warum? Ja, sei doch. Ja, nice. Actually, geil. Wo ist denn der? Der Dude. Mit dem roten Schlüssel. Was? Gibt der Flüssel noch da? Mhm. Ja, aber... Ich hab ja nen Job. Was muss ich machen? In meinem Job. Wir machen einfach ne lange Folge und ich mach einfach nur die Highlights, ne? So, jetzt kein Highlight, denk ich mal. Ähm. Warte, ich schau mal kurz, was wir für den Abdruck brauchen. Genau. Geschmolzenes Plastik. Und... Hierfach ein Stück Knete, glaub ich. Oder? Ja, oder? Knete bekommen wir mit. Dieses... Pulver und... Klebstoff oder... Zahnpasta. Und dann brauchen wir den Schlüssel. Öffnung, 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 Öffnung. Ich hab Tabakpulver. Es ist tatsächlich... Ach, Thalkumpulver. Der bin nicht behindert. Da kommen wir nicht ran ohne... Ach, was wir uns bekommen. Ja, ich hab ein Feuerzeug. Zahnpasta, ich hab's. Okay. Ich hab's, ich hab's. Ähm, ich crafte jetzt gut. Ähm, okay, dann crafte ich den schön mal zusammen. Okay, gut. Können jetzt den roten Schlüssel holen. Ist das illegal? Ne, ist legit. Geil. Ja, komm mal, warte, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Komm. Warte, der chillt hier gerade eben noch hier. Warte, warte, warte. Ist das Wachmann Peuchemeil? Ja. Ist das? Na und? Okay, schlag ihn zusammen. Schnell. Okay. Okay, du musst ihn holen. Oh. Du musst ihn holen. Okay, schnell. Wir holen ihn. Ja. Ja, stark, stark, stark. Du darfst du die Scheiße und rechts, äh, und legst das dann hin? Ich bin zu dumm. Was denn? Ich bin zu dumm dafür. Was denn? Ich bin zu dumm dafür. Ich brauche mehr Intelligenz. Wie viel habe ich? Ich brauche 50 Intelligenz. Ich brauche 50 Intelligenz. Ganz ich brauche. Nee, ist es legal. Ich habe die Schlüsse zurückgetan. Ich brauche 50 Intelligenz. Und ich habe 49. Das ist doch, also, also das ist. Warte, soll ich noch einmal davor duschen gehen, damit ich den gut zusammenschlagen kann, oder? Oh, das ist ein guter Call. Oder ich lege mich kurz ins Krankenbett. Damit kurz die Energy hochgehe. Und warte, ich schau kurz, wo Porchemal ist. Porchemal ist direkt da oben drin. Hier rein. Conny, Conny, komm her, komm her. Kannst du Sport machen? Okay, ich klapp den. Kannst du nicht noch mehr stecken? Ich geh Sport machen. Kannst du schon mal davor tun? Warte, wo ist Porchemal hier? Ist Porchemal hier? Haben wir ihn? Ja. Hab den Schlüsselabteil? Okay, warte, 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 was tust du? Äh, warte, ich komm, ich, ich geb dir jetzt kurz zum Schluss, dann... Hab mich versteckt? Easy. Easy. In so einem Ding? In so einem Spind. Oh. Äh, wie schaffen wir es, dass du den nach Hause kriegst? Ja, durchrenn, ich mach kurz Strom aus. Oh, guter Call, guter Call, mach. Okay, also... Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich muss, ich muss ja, äh, erst unter 80 Sicherheit kommen. Okay. Bist du full light? Nein, 64. Ja, das solltest du auch eigentlich full light werden. Ich bin auf 79, da sollte mich jetzt keiner mehr angreifen. Ja. Ja. Tatsächlich, er greift mich nicht an. Ich sag dir, wenn ich ready bin, ich leg mich kurz ins Bett. Ja, okay. Nein, ich werd weggesniped. Fick dich. Fuck, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Wieso? Was hab ich jetzt gemacht? Nein. Die verfolgen mich aber. Ich hab ganz wenig Leben nur noch. Ich werd gesniped. Ich werd gesniped. Ich bin unten. Komm, lenkt die ab, lenkt die ab. Nein. Ich werd gesniped. Tot. Nimm, 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 nimm. Versuch rumzurennen. Ich. Fuck, dicker. Bist du safe? Ich werd gesniped. Nein. Dicker, nein. Wo? Fuck, dicker. Nee. Wie der Typ hat mich in meinem Spind einfach geklappt. So, Leute. Das war's mit der ersten, ähm, ersten Part von der Escape ist zwei. Kapau. Lager. Ähm. Ja, das war, ich war ein bisschen chaotisch, ohne erst mal diese Einspielrunde, sag ich jetzt einfach mal. Ähm. Das nächste Mal werden wir's machen, dass wir links von diesem, äh, komischen Ding da einfach unser Zeug machen. Und nicht hier rechts drüben. Dann. Ja. Wird's auch easy. Und, äh, wir haben nicht mehr das Problem, dass wir halt durch die ganze Zeit, ähm, aufs Mal bekommen. Hier drüben. Weil da links drüben können wir halt einfach nach Hause rennen. Wir müssen nicht durch den Scanner durch und deswegen. Das nächste Mal werden wir's versuchen, besser zu machen. Und, ja. Wenn euch die kleine Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und ein Abo noch. Okay. Und dann würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Niedogs. Ciao, ciao.